Guten Morgen, Leute! Heute geht es nach Bringsen und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Und zwar gehe ich mit Bekannten dorthin, die aus Deutschland hierher gekommen sind. Und wir wollen in den Rookies & Kings Store. Für alle, die nicht wissen, was das ist, da gibt es Merch von Freiwild & Co. Und ich freue mich irgendwie schon riesig. Ich wollte schon seit einem halben Jahr dorthin und ich habe niemanden gefunden, der mit mir da hin will. Es gibt mega viel in diesem Shop, hoffe ich zumindest, wenn es das selber gibt, wie im Online-Shop. Und ich möchte mir natürlich auch irgendwas kaufen. Dort, ich habe nämlich Geburtstagsgeld bekommen und das möchte ich auf den Kopf werfen. Und jetzt, let's go! Und zwar war es jetzt eine halbstündige Fahrt. Ich glaube, wir sind auf der falschen Straße gelandet. Sagt die, die sich hier auskennen sollte. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Bringsen, das ist schon mal gut. Ja, gut, ja. Und den Shop finden wir auch noch. Und heute war es dann noch. Ja, ich habe ja gesagt, wir fahren da vorbei. Ich bin jetzt gespannt, was es in dem Shop alles so geben wird. Auf jeden Fall war das Shoppen erfolgreich, ne? Heutelang geht auch halt bei dir. Immer! Und jetzt geht es wieder nach Hause. Yo, bin jetzt wieder zu Hause. Und alter, diese Leute, die sind alle so nett. Und dieser Martino heißt ja, glaube ich, der ist ja mal ultra nett. Man kommt in den Laden und er grüßt richtig und fragt dann auch gleich, ob alles klar ist. Also, ich habe zwei Shirts gekauft. Und ein Shirt habe ich noch bekommen, von der, der mit war. Also, sie hat mir das sozusagen zum Abschied geschenkt, weil sie fahren dann wieder nach Hause nächste Woche. Und zwar zeige ich sie euch jetzt mal. Das ist das M und Golde Schnitt. Ist ein bisschen entallierter geschnitten. Da steht, hör, was dein Herz dir sagt drauf. Ist ein Lied von Freiwild. Und hinten weiß ich gerade nicht, was draufsteht, aber das könnt ihr hoffentlich selbst lesen. Und das nächste ist das hier. Da steht auf der Ossizialen Extreme Tour drauf. Das ist große S, aber im Männer. Deswegen ist es so schön weit. Hier auf dem Shirt ist Philipp Burger drauf. Mit einem Bass oder einer Gitarre, keine Ahnung. Und hier drinnen sind auf jeden Fall die restlichen Männchen von der Band. Hinten steht Freiwild City Horn drauf. Ich finde es extrem cool. Und das letzte ist, dieses hier ist ebenfalls in Größe S von meinem Schnitt. Ich finde es extrem cool, weil es schlicht gehalten ist. Hier steht Freiwild drauf und hinten steht nochmal Freiwild drauf. Ach ja, ich habe 19 Euro pro Shirt ausgegeben. Das heißt 19 und 19. Und das hier habe ich ja Geschenke gekriegt. Ja, dann würde ich einfach sagen, das Video beende ich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann frage ich mich immer noch hier nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut mal raus, macht es gut, ciao.